Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar Freunde, ich will jetzt keine Ausreden hören, denn heute steht ein 20 Minuten HIIT-Workout an, bei dem wir nicht nur extrem viel Fett verbrennen, sondern natürlich auch extreme Muskelreife setzen. Und Freunde, wir brauchen für dieses Workout absolut gar nichts, außer eben Motivation und davon haben wir hoffentlich genug... Alter, wir brauchen im Self-Käuch ein paar... ...HIT-Workouts, wir trainieren 40 Sekunden, also geben da wirklich alles und dann haben wir... Holt euch noch solche Scheiben oder ein Buch oder so, das braucht ihr gleich. ...Schlafzimmer, seid im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Büro oder eben im Fitnessstudio, es ist ganz egal. Ja, bei diesem Workout werden wir extrem viel Fett verbrennen, also Kalorien verbrennen, aber auch gute Muskelreize setzen. Das heißt, wir legen den Fokus bei diesem Workout auf eine qualitative, ausdauernde Qualitätsmuskulatur. Also Freunde, genau jetzt ist der perfekte Moment dafür, hier auf Stopp zu drücken und eben eine Wasserflasche und vielleicht... Jetzt ran an den Speck! ...und dann geht's auch schon direkt los. Also, worauf warten wir noch? Obwohl, ein kleiner Tipp habe ich noch für euch und zwar, ihr könnt dieses Workout jeden zweiten beziehungsweise jeden dritten Tag durchziehen. Gut Freunde, dann zerstören wir uns also jetzt gemeinsam, starten wir los. Seid ihr ready? Ich habe hier die Handgelenksplantagen draufgegeben, die findet ihr unten in der Videobeschreibung bei meinem... Aber ich sage euch gleich, ich bin Lauch, ja? Also ich schaffe nicht jede Übung komplett. ...und natürlich auch meine Supplements. Nichtsdestotrotz, wir starten jetzt direkt los. Wir werden jetzt die ersten 40 Sekunden mal aufwärmen. Also, let's go! Und es geht los in 3, 2, 1... Oh, die Schräge! Ich habe die Schräge vergessen! ...werden wir uns einfach gemütlich aufwärmen, als wir kreisen mit den Armen nach vorne und laufen ganz locker am Stand. Kreisen mit den Armen wieder nach hinten, denn heute... Ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein! ...ohne Springen aufgebaut, das heißt, da heute... Nase ist noch nicht frei! ...und natürlich werden auch die Nachbarn geschont. Wahrscheinlich, mein Vermieter kommt gleich hoch. ...und wieder schließen, hier die Arme, schön die roten Dornmanschetten, alles schön aufwärmen, nach außen kreisen, nach innen kreisen. Und das machen wir die erste Minute. Super, dass man mich komplett sieht. Bestes Objektiv an der Stelle. ...haben eben auch nicht springen müssen. Ja, morgen, man sieht mich immer noch nicht. Jetzt gehen wir einfach hier abwechselnd zu den Zehen, rechter Fuß, linker Fuß, um alles hier... Ich habe Angst, dass ich den Tisch hauche. So, wir starten jetzt natürlich los mit der ersten Übung, nämlich Kick-Fruits, Freunde. Das heißt, wir gehen in Liegestütz-Position und kicken jetzt einmal auf die linke Seite. Oh ne, ich habe hier gar keinen Platz, Alter! Los! So, und immer schön Kick und Seitenwechsel Kick. Und jetzt erhöhen wir schon langsam das Tempo. Das heißt, wir werden jetzt schon langsam immer schneller. Jungs, seid ihr noch am Ball, oder was? Ihr seht, auch eine sehr gute Koordinationsübung. Also auch die Koordination wird heute natürlich mit trainiert. Ich habe den Tisch getreten. Beste! Noch gute drei Sekunden. So, ihr habt jetzt 20 Sekunden Pause. Bam! Ich erkläre euch inzwischen die nächste Übung, und zwar Plank Kick-outs. Das heißt, wir bleiben in der ganzen Malen Position und machen jetzt dasselbe, nur wir berühren jetzt hier mit der gegenüberliegenden Hand den Fuß und Richtungswechsel. Oh, ich hause die Dinger, Mann! Jetzt schon mit schnelleren Tempo und let's go! Man muss hier sehr schön das Gleichgewicht natürlich aus der Schulter, aus den Armen hier versuchen zu halten. Währenddessen wir hier schön mit den Beinen arbeiten. Alter! Ich bin so am Anus. Ihr könnt hier gerne mit den Schienbeinen im unteren Bein in einer angewinkelten Position bleiben, so wie jetzt, und so arbeiten. Genau! Man spürt schon ein bisschen in der Schulter. Let's go, boys! Let's go! Let's go! So tief wie möglich, am Boden zu bleiben. Also, los geht's! Eine Koordinationsübung ist hier wieder mit am Start, und es wird sehr anstrengend werden. Glaubt mir, einfach jetzt das Tempo erhöhen und so tief wie möglich am Boden entlang gehen. Und wir werden es auch schon schnell mal in den Beinen spüren, und natürlich auch überall im gesamten Körper heute. Können Aufreden, Boys! Linker Arm, linkes Bein nach vorne, rechter Arm und rechtes Bein nach vorne, und dann wieder genau gleich zurück. Jesus! Also, spürt ihr schon? Ein leichtes Zehen hier im Oberschenkel, beziehungsweise in den Schultern. Ja, die Koordination kommt. Passt du, mein Lieben! Jetzt stehen wir mal auf und machen Schattenboxen. Wir versuchen jetzt schon, mit schnelleren Tempo zu arbeiten. Ja, super! In drei Sekunden geht's los. Nämlich, Ausgangsposition einnehmen. Ein Fuß schädiert das weiter nach vorne als der andere. Und immer schön schlagen und ausatmen. Wichtig ist hierbei, dass ihr schön immer die Fäuste zum Kind zurückbringt und nicht hier unten arbeitet, sondern hier oben könnt ihr auch gerne mal den rechten Haken rausballern. Natürlich das Ganze auch immer schön hier mit der Hüfte machen. Das heißt schön, beim rechten Schlag die Hüfte hier mit nach vorne liegen. Dann Seitenwechsel, rechter Fuß ist vorne. Und jetzt natürlich am linken Schlag schön die Hüfte mit nach vorne liegen. Wir boxen jetzt noch etwas weiter in der Pause. Also, schöne Kombinationen. Guck mal, der macht einfach die Pause durch. Du warst ein Kranker. Vielleicht auch mal ein Lappercut. Hey, guck mal, wie ich aussehe. Wir müssen keine Profiboxen... Warum machst du die Pause durch? Generell eine sehr gute Übung. Dann spann doch mal. ...kalorien rauszuballern, um gut koordinativ zu arbeiten. Jetzt geht's weiter mit den Beinen. Wide Squats. Wir stellen uns weiter auseinander. Die Zehen zeigen leicht nach außen. Und wir gehen jetzt ganz nach unten. Und jetzt nur aus den Fersen. Exklusiv nach oben. Und wir arbeiten jetzt im vollen Tempo. Das heißt, Speed Squats. Let's go. Ich komme in den Stream und Engel schlägt mich. Boah, es brennt in den Beinen, Jungs. Schneller vorne. Nur aus den Fersen hochgehen. Den Druck auf die Fersen auf. Die Pizza. Ich sehe die Pizza. So, wir sind in der Pause. Wir machen weiter noch 10 Sekunden. Extra Wiederholungen. Yo. Ein Bonus. Bin dabei. Für die, die es schaffen. Also. Kämpfen. Ja. Gute drei Sekunden. Ein bisschen länger geht's noch. Oh. Und. Perfekt. So, Beine ausschütteln. Atmen. Und dann geht's schon weiter. Und zwar sucht euch jetzt einfach eine kleine Erhöhung. Ja, ja. Dass es jetzt eine Handelsscheibe ist. Wir brauchen nichts, sagt er. Die Stiege. Ganz egal was, der Sessel, der Tisch. Nur eine leichte Erhöhung, damit wir hier volle Wiederholungen machen können. Also ganz nach unten gehen. Und wieder ganz nach oben. Gerne auch einfach bei der Wand festhalten. Und so eben schön die Wadenmuskulatur. Oh, scheiße. Ganz hoch und trainieren. Und wenn ihr jetzt keine Erhöhung habt, könnt ihr das Ganze auch am Boden machen. For real, wenn das irgendein Ehrenmann mitmacht, markiere mich auf Winster. Also gibt es tausend Variationen. Easy. Auf denen man es machen kann. Auf denen, wie das klingt. Oh, davon hatte ich gestern schon Muskelkater. Und schön auch bei der Wand festhalten. Bei Möglichkeit. Hier ist jetzt keine Wand bei mir. Und schön hier ganz nach oben gehen. Und ihr seht, wichtig ist, dass wir aus dem großen Zeh hochgehen. Ey, das geht richtig in die Oberschenkel. Und wieder ganz nach unten. Ja, und eben wo festhalten. Wie bereits erwähnt. Bei Brust scheiße ich gleich ab. Damit wir eben nichts vergessen. Und zwar mit Froggers. Oh nein. Wir gehen wieder in die Stütze. Oh nein. Und springen jetzt hier nach vorne. Wir holen also schön die Füße nach vorne. Und erhöhen jetzt auch schon das Tempo. Also jetzt kämpfen. Alles geht. Nicht durchhängen. Sondern eine Spannung haben im gesamten Körper. Wir können am Boden bleiben. Und jetzt geht weiter mit einer Rückenübung. Rücken? Nämlich mit Back Extensions. Oh ja. Das heißt. Ich bin dabei, boys. Jetzt mal gemütlich auf den Bauch. Schön fürs Sprichatmen. Vielleicht sogar schnell was trinken. Und einfach jetzt hier schön die Arme zum Körper zurückziehen. Mit dem Brustkorb nach oben gehen. Und wieder komplett ausstrecken. Und wieder zurückziehen und hochgehen. Komplett ausstrecken. Zurückziehen. Und mit dem Brustkorb hochgehen. Und mit dem Brustkorb hochgehen. Alter, Junge. Perfekt. Ihr könnt am Boden liegen bleiben. Vielleicht sogar schnell was trinken. Oh ja. Jetzt geht wieder weiter. Bring it in, man. Und zwar legen wir uns jetzt wieder eben auf den Bauch. Und strecken jetzt die Beine und Arme aus in die Luft. Für 5 Sekunden. Los. Arsch anspannen. Rücken anspannen. Schulterblätter hinten zusammenbringen. Beine anspannen. Und wieder kurz locker lassen. Und wieder boom. Nach oben. Und oben schön halten. Kämpfen, Freunde. Keine Ausreden. Weiter kämpfen. Wir schaffen das. Und kurz locker lassen. Und wieder hoch. Kämpfen. Kämpfen. Atmen. Gut atmen. Alles anspannen. Auch den Arsch, die Beine. Und boom. Kurz wieder locker lassen. Immer geht's noch. Und hoch. Und weiter geht's mit Hindu-Push-Ups. Die zeige ich euch jetzt schnell. Scheiße, Innen-Push-Ups kann ich nicht. Scheiße, Mann. Könnt ihr auch sehr gerne auf den Knien machen. Dann ist es leichter. Und zwar einfach jetzt auf die Zehenspitzen gehen. Arsch in die Höhe. Und jetzt einfach kontrolliert nach unten. Elbowen nicht nach außen geben, sondern bleib vom Körper. Durchgehen. Und wieder nach oben drücken. Und dieselbe Strecke wieder zurück. Ihr merkt, wir arbeiten hier sehr schön aus dem Trizeps. Aus allen Bereichen der Brust. Weil wir in allen Winkeln trainieren. Natürlich auch die Schulter. Haben wir auf jeden Fall auch mit dabei. Kontrolliert arbeiten. Und wenn es zu schwer ist, überreizend einfach hier auf die Knie gehen. Und dasselbe machen. Nichts auf die Knie, Junge. Weiter kämpfen. Noch drei, zwei, eins. Sehr fein. Gut gemacht. Es geht weiter. Mehr in der nächsten Übung für die Brust. Und zwar innen-outs. Scheiße. Wir machen einmal eng. Wir berühren also mit den... Ich hasse eben aus. Berühren sich. Ich hasse die mal. Wir machen eine Wiederholung. Und gehen direkt nach außen. Wir machen wieder eine Wiederholung. Und wieder nach innen. Und so weiter. Gerne auch wieder auf dem Ziel. Wenn es zu schwer ist. Ansonsten jetzt beißen, kämpfen und alles geben. Auch wenn es nach außen geht. Wir oben bleiben beim Körper. Wir trainieren innen die Brustmuskulatur etwas mehr. Aber auch außen. Denn wir haben einen anderen Winkel. Und schaffen mehr Wiederholungen. Das führt wiederum zu schnelleren Muskelaufbau. Ganz wichtig, dass wir uns besser rein. Denn wir mit den Armen etwas breiter greifen. Und natürlich vernehmen wir genauso die Brust. Nur nicht so intensiv wie innen. Aber eben fast in einem anderen Winkel. Oh, fuck. Was auch extrem wichtig ist. So, ich mach noch ein paar Minuten. Ey, wir sind am Schwitzen. Denn ich wollte euch das noch zeigen. Ihr könnt nicht passen. Ich rühre euch das an. Der Moment sieht gar nichts. Und das brennt. Scheiße. Das klingt schon extrem. Das ist auf der Pump. Um Schwierigkeitsgrad an die Knie mitmachen. Ansonsten auch, wenn es zu schwer wird. Komm, du sagst. Einfach auf die Knie gehen. Oh, fuck my life. Jetzt machen wir so viele Deinen in Bushhubs, wie wir nur schaffen. Gerne auch auf den Knien. Absolut kein Problem. Wichtig ist, noch mitzumachen. Und alles zu geben. Das heißt, die Dauernden berühren sich. Deinen in Bushhubs. Und wir ballern jetzt raus. Was geht? Arsch anspannen. Und let's go. Nach fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt haben wir den Trizeps und natürlich die Brust extrem gut dabei. Jetzt machen wir noch was für den Bizeps. Das heißt, Hammer Curls für den Brachialis. Ja, super. Ganz wichtig. Was für Hammer Curls, Junge. Und schön arbeiten. Jetzt ist es extrem wichtig, Freunde, dass ihr wirklich selbst einen guten Widerstand aufbaut. Mach mit Gewichten. Hier extrem fest nach unten. Und hier nach oben. Jetzt ist die rechte Hand unten. Und das Handgelenk, die Finger zeigen zum Körper. Nicht so, sondern so. Und eben jetzt schöne Wiederholungen rausballern. Extrem anspannen. Oh. Und jetzt auch wirklich. Kein Bock mehr, Digga. Bin kaputt. Ronny, komm es gleich vorbei. Ganz nach oben gehen. Ganz nach unten gehen. Denn wir machen das Ganze so lange wir können. Nehme ich bis genau jetzt. Und jetzt Seitenwechsel. Nehme ich dasselbe jetzt. Das gleiche Spiel auf der anderen Seite. Wir machen die Pause durch, Freunde. Kein Ausreden. Jetzt noch 20 Sekunden. Wirklich ganz nach unten. Und schön rein nach oben. Ihr seht, da haben wir eine extreme Muskelreize. Und das Gute ist, wir können hier gleichzeitig trainieren. Eine gute Kombinationsübung. Denn hier trainieren wir. Wir können vorne sein. Und hier trainieren wir, wie ihr seht, den Trizeps sehr schön. Kurze Pause. Obwohl, es geht direkt weiter. Es gibt keine Pause jetzt. Handgelenk nach oben drehen. Suppination. Und dasselbe nochmal. 30 Sekunden auf der rechten Seite. Hier richtig anspannen. Und ihr werdet sehen, wir werden den 0, nix. Und schönen Bizeps aufbauen. Also jetzt gut kämpfen. Man sieht schön, auch die Schulter hat einen extremen Pump von diesem Workout. So soll es sein. Doch 3, 2, 1. Alter. Und jetzt noch 30 Sekunden. Hier beim linken Bizeps und rechten Trizeps natürlich auch gleichzeitig. Also einen extrem guten Widerstand aufbauen. Aber man sollte leicht nach oben gehen können. Und auch nach unten einen Widerstand aufbauen. Ganz wichtig. Geht nicht mehr lange, Boys. Dann auf 0 auf Bauch. Noch 7, 6. Da geht es schon weiter. Mit einem 5 Minuten Sixpack Workout. Nämlich Nämlich Aber jetzt So Freunde Jetzt haben wir 5 Minuten Sixpack Workout. Haben wir den, man? Starfisch Haben wir den. Auf den Boden. Ich trinke noch schnell was. Hey Junge. Und zwar Wir gehen auf den Boden Und berühren jetzt abwechselnd. Eine Minute durch immer Das andere Bein. Arme und Beine ausstrecken. Links berühren. Rechts berühren. Links berühren. Rechts berühren. Und auch schön hier Mit dem Oberkörper Mit nach oben gehen. Damit wir auch schön Aus der Bauchmuskulatur Trainieren Und beim Hochgehen Ausatmen Und die Bauchmuskulatur Gleichzeitig anspannen. Jetzt geht es wohl. Noch 5 Minuten. Es wird anstrengend. Nur noch 4 Minuten 30 Dann haben wir es geschafft. Also Jetzt doch mal Voll im Fokus. Das brennt. Weiter geht es Mit Heel-Touches Also Beine anwinkeln Rechte Ferse berühren Linke Ferse berühren Oh Scheiße. Rechte Ferse berühren Ach Der Tisch, Jungs. Aus dem Oberkörper Schön hochgehen Einrollen Wie ein Igel Denn nur so Drehen wir auch sehr gut Die Bauchmuskulatur Und die Ausatmen Ausatmen Jungs, lass labern In der Aumt-Shit, Alter Das ist nur 20 Minuten Uhr, ich auch Noch 3 Sekunden Weiter geht es In die 3 Sekunden Pause Weiter geht es mit Einrollen Eine Übung für die Unteren Bauchmuskeln Das heißt Beine bleiben angewinkelt Und wir machen uns jetzt so klein Denn wir können Ganz klein machen Oh Scheiße Aufmachen No sexual Ausatmen Beim klein machen Sehr fein Und wirklich schön Aus den Bauchmuskeln Trainieren Oh ne Digga Dann mache ich noch die Aber ich kriege die Ja noch nicht mehr hin In der Pause geht es Bekanntlich weiter Oh Kehlen wir keine Boah Jetzt zieht schon extrem gut Wir haben jetzt schon extrem gut Das wäre extrem Ich komme nicht mehr mehr hoch Scheiße Meine Bank ist zu weg Und Ihr schafft es heute Also ihr merkt Ein brennendem Bauch Wir treffen Genau die Bauchmuskultur Weiter geht es Mit Toe-Touches Das heißt Wir gehen jetzt Mit den Beinen hoch Und berühren jetzt 5 mal die Zehen 1 2 Das kriege ich auch nicht Durch 4 5 Kurz ablegen 3 Sekunden durchatmen Und wieder 1 2 3 4 5 Kurz ablegen Boah Digga 1 2 Ich glaube ich mache es einfach ablegen Ach Ach Was hat der für eine Ausdauer Das ist ja krank Und geschafft So Jetzt Letzter Übung Freunde Ich will euch jetzt Rennen sehen Oh fuck Ich weiß was kommt Wir gehen jetzt So schnell wir können Mit dem Knie Zur Brust Und ich will hier Ein volles Tempo sehen Schneller vorne Schneller Volles Tempo Dann haben wir es geschafft Gebt noch mal alles Durch Die letzten 20 Sekunden Boah das ist schon heftig Und dann Boah das ist schon heftig Oh fuck Oh fuck Oh fuck Bist du Wahnsinnig Digga Letzte Übung nicht mehr geschafft, ich bin auch abgekackt. Ab die letzten 20 Sekunden habe ich nicht mehr gepackt. Boah, ich habe richtig Sohbrenn. Huch, Baby. Alter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einen Pum. Der ist ja krank. Jetzt sieht man schon. Meinen Triceps sieht man fast von unten, Alter. Boah, die Schulter kommt auch langsam raus. Aber ich habe nur noch bis morgen Diät. Wie viel Körper fetterst du? Ich denke, so um die 20 Prozent. So um die 20 Prozent, Digga, denke ich immer noch. Es gab mal eine Zeit, da hatte ich ein 8-Pack. Und dann hat man unter meinem Bauchnabel eine Ader gesehen, Digga. Bis zum nächsten Mal.